Hey Leute, mein Name ist Max, wir spielen GTA 5 Online. Ich bin ne eigentliche VIP, ich sitze hinten. Kann Champagner trinken, oder? Wo ist denn hier Shampoos? Ich hab nur nen Fernseher. Wenn du Dings-Modus machst. Ah, jetzt die Flasche da auf einmal. Okay, ich nehm mal nen Schluck, ne? Jetzt geht alles von deinem Geld weg. Boah, ich hab genug Geld. So, bei den Flugkünsten hab ich nix verschüttet. Kannst mal sehen. Wollen wir das Paket einsammeln? Können wir ja. Ich guck mal wo das ist, du kannst ja mal fliegen. Das ist schon ganz weit weg. Ähm, ich seh den Koffer jetzt nicht. Irgendwie seh ich das nicht auf der Map. Ah, ich flieg aber mal hin. Ich seh's ja. Ach da, ja. Also noch ist keiner in der Nähe. Mach's gut. So langsam werde ich besoffen, glaub ich. Was siehst du? Ich trinke die ganze Zeit Champagner. Ach so. Tja. Tja. Er ist wahrscheinlich irgendwo oder im Gebäude oder im Garten. Ja, mal gucken. Das ist auch eine Mission aus dem Heist, ne? Ja. Ja. Da ist das. Ach so, jetzt nur so eine Eventaufgabe, ne? Ja, jetzt muss ich dir helfen, es abzuliefern. Wo müssen wir denn jetzt hin? Zum gelben Punkt da. Gelben Punkt, ich seh gar nicht. Auf dem Radar. Ich markier mal. Ich markier den mal, falls ich den finde. Ja. Zum Knast. Was hast du dir weg gemacht? Jetzt. Das ist ja irgendwo am Knast abliefern, glaub ich. Oder... Ich täusche mich auch. Ne, der Knast ist ja links. Jetzt. Da fliegen wir jetzt vorbei. Ja, jetzt noch eine Punktlandung. Dann geht's. Das ist ja irgendwo da unten. Da muss ich ja mal gucken, wo ich landen kann. Ja, hier auf dem Golfplatz. Golfplatz, ja. Okay. Das spacken mich unten, ey. Das spacken mich unten, ey. Ja. Tausend haben wir bekommen. Also echt. Ja, du hast einen Anteil bekommen von 18.000 oder so, ne? Ja. Ich starte mal Führungsflucht. Ja. Muss ich nur gucken, wo muss ich denn hin jetzt? Hier ist halt gar nicht. Hier sind jetzt auch nicht so viele Ondoim. Na, da haben wir denn. Ja, ganz hinten unten. Ja, du kriegst ja mal ein bestimmtes Gebiet. Da muss ich ja dann hin. Mhm, ich seh das auch. Gucken, ob da Leute überhaupt hinkommen. Ist schonmal am Arsch der Welt, ne. Ja, einmal komplett hinten. Ja, da oben auf die Klippe, da. Wo? Ich kann die, ähm, jetzt nochmal links drehen. Das ist rechts, aber egal. Und, ähm, am besten da auf der Klippe, oder? Hier oben, oder? Ja, ich komm da nicht ganz hinten. Ja. Hat das schon außerhalb der Zone, ja. Dach noch bis hier. Ja. Ja. Irgendwo hier versteckt. Ja, irgendwo da. Da sind ja Toiletten oder so, da kann man dann schön rausballern. Ja, aber mich sehen die ja nicht, das ist das Gute. Die sehen ja nur dich. Weil ich bin der VIP. Mich sehen die nur, wenn ich nichts mache. Ja. Und deswegen, ich versteck mich aber ganz woanders, wenn wer kommt. Ja, am besten sagst du es mir auch nicht, wo du dich versteckst. Ja, wenn du gestorben bist, dann spawnst du nicht bei mir in der Nähe wieder neu. Das ist die Scheiße halt. Achso, dann muss ich erst mal zu dir kommen. Na, jetzt brauchst du nicht. Jetzt kannst du einfach irgendwo da bleiben. Aber wenn du tot bist halt. Dann kommst du bei mir da wieder hin. Ich kann jetzt auch gar nicht mein Fahrzeug anfordern, das Scheiße. Ah, brauchst du ja nicht. Wofür denn? Ja, das ist kugelsicher, da kannst du ein bisschen drin sitzen. Aber egal. So ein paar Haftbomben dran geworfen, schon ist das nutzlos. Ah. Da sind jetzt acht Minuten noch was, das dürfte gehen. Schnell verdientes Geld. Schnell verdientes Geld. Dann ist das so. Die treiben sich alle in der Stadt herum. Einer ist irgendwie rechts von uns auf der Karte. Vielleicht kommt der ja zu uns. Der bewegt sich auf der Autobahn, braucht circa zehn Minuten bis zu uns. Jetzt zeig ich nebenbei ein bisschen Clash of Lantern. Da kommt eh keiner, glaub ich. Na. Na. Guten Tag. Siehst aus wie Tomb Raider. Na. Da sind zwei im Flughafen, das könnte vielleicht gefährlich werden. Oh, ich seh nicht. Guck mal. Äh, den Flughafen in der Wüste. Ach so, da. Boah. Boah. Oder ist einer in der Nähe? Ja. Ja. Boah, ist eh vorbei. In der Stadt. Ja, 18 Sekunden noch. Ja, ja. Ja, ja. Ich dachte schon Punktlandung. So, ich bin gleich bei Lamar. Ja, und ich bin jetzt irgendwo. Vielleicht bleibst du eh in der Sitzung und ich versuche dich mal einzuladen, wenn es geht. Ich bin Storymodus jetzt, alles klar. Story. Ah, die Phobie nochmal. Spiele beitreten. Ja, ich werde mal die Lamar-Mission starten, ne. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin eh noch im Ladebillschirm. Ah, wieder voll mit Spielern. Ach, Alter. Das ist immer nervig, ey. Ja. Was ist das denn, Alter? Ich bin jetzt gerade bei mir in der Dusche, ne. Stehe ich da. Und dann steht da, singe in dein Headset, um RP zu verdienen. Alles klar. Ja. Bestimmt. Ich hab dich mal eingeladen, das geht doch. Ja? Warte, ich guck mal. Oh ja, da seh ich's gerade. Lamar. Ja, ich komm vorbei. So geht das auch, ne. Musst du ja nicht ewig versuchen beizutreten. Oh. Nice. Ah, sexy bitch. Auf jeden Fall, man. So, ich hab jetzt gerade nicht gelesen, was wir machen müssen. Oh, keine Ahnung. Jeder für sich oder was? Weiß ich nicht. Nee. Aaaa, das sieht doch nicht so aus. Nee das Auto muss ich nicht mitnehmen. Je je. Ich hab' dich und die Leute, sie haben reingelt. Aber das war es funktioniert. Und wir werden nicht mit uns 귀eltieren, oder wie du ihn mal beantwortet. Aber das ist hart, auch man, das finde ich ein Hammer. Das ist nicht gefährlich, nicht? Man, ich kriege deinen steakbomben, okay? Okay, die Türen müssen wir zerstören. Mit Sticky Bombs. Ich glaube, das Auto habe ich mir auch geholt. Ja, muss es nur noch auftuben, ja. Ich glaube, wir müssen nach unten, oder? Springen die Türen, alles klar. Ja, aber doch nicht hier auf dem Flughafen, oder? Doch, steht da. Oder sollen wir die jetzt alle umbringen hier? Oh, die haben Bullen. Ja, krasse Scheiße, ich muss in Deckung. Bist du noch am Leben? Shit. Oh, ganz knapp, Alter. Ich habe kaum Leben noch. Ich bin tot. Shit, Alter. Da sind nur so viele. Ich bin schon wieder tot. Fuck. Ja, verkackt. Nochmal das Ganze. Dann müssen wir uns gleich mal woanders hinstellen, nicht so nah. Ja, genau. Ich hoffe, sie sind nicht, dass du vor die Bullen kommen. Hä, du wolltest bei mir nicht einsteigen, der Penner. Oder ich versuche aus dem Wagen jetzt so sticke Bombs zu werfen. Ich glaube, da kommen immer wieder welche nach. Ah, egal. Wir sind doch nicht so nah dahin. Ja, so weit müssen wir auch nicht weg sein. Sollen wir loslegen? Wir kommen ja sogar von der anderen Seite. Ja, die sind hier überall. Da kommt ein Flugzeug für uns, oder was? Oder warnt er uns vor dem Heli. Ah, ist noch weg. Ich muss aufpassen, ich habe fast gar kein Leben mehr. Das können wir Snacks. Ähm, doch, muss ich mal machen. In den Tarm. Nicht Assisiores. Ja, das wird gar nicht mehr enden, glaube ich. Ah, Alter, wie viele Bullen kommen denn da? Ja, das meine ich. Das wird gar nicht enden mit den Bullen. Ich höre sie mal ein bisschen. Dann hole ich. Äh, mache ich das Ding so. Komm raus, du Spacken. Hast du es? Also, ich habe den Typen. Muss jetzt einfach nur mitkommen, ey. Nimm einfach dein Auto. Ich komme jetzt weiter. Nimm du irgendein anderes Auto. Motorrad oder so, das heißt egal. Ja, ich bin bei der Polizei jetzt. Und wo willst du hin? Jetzt müssen wir mal da hinten wieder rausfangen, hier. Ja. Ich gebe die Polizei Escorte. Machen die das Tor auf? Das Tor geht auf, ja. Ich bin schon viel weiter. Fahr einfach irgendwo hin. Ops, das stört nicht. Ja. Aber wir haben noch ein Leben. Ja, trotzdem. Jetzt mal die Cops abschütten. Wow. Okay, jetzt kommen die von beiden Seiten. Das ist scheiße. Ich bin sie los geworden. Ah, ich weiß, wo sein Wagen steht. Ich habe den schon gesehen. Wo ist das? Wen hast du gesehen? Sein Wagen, wo er hin will. Hier steht nämlich so ein Rowrider, versteckt. Wo ist das? hab ich sowas von nötig ok leute danke fürs zuschauen wir sehen uns wieder demnächst machs gut